Sie wollen von jedem x-beliebigen Standort auf Ihre E-Mails zugreifen? Dann richten Sie den Webmailer ein. Nahezu jeder E-Mail-Anbieter im Internet gibt Ihnen die Möglichkeit, die E-Mails sowohl über POP3 bzw. IMAP herunterzuladen, aber natürlich auch, sich diese E-Mails über ein Webinterface anzuschauen. Es wäre ja schön, wenn wir das unter Mac OS X Server auch machen könnten. Und genau dies ist möglich. Ich öffne hierzu den Server-Admin. Hier auf der linken Seite sehen Sie meine gestarteten Dienste. Ich blende kurz das Dock aus. Selbstverständlich muss, damit das funktioniert, auf jeden Fall der Mail-Dienst laufen und darüber hinaus muss der Web-Dienst zwingend laufen. Ich wechsle hier zu Sites, klicke hier auf meine Internetseite und gehe dann auf Web-Dienste und Sie sehen, hier ist im Moment noch kein Häkchen bei E-Mails gesetzt. Wenn ich dieses nun setze, dann wird der Dienst entsprechend gestartet und konfiguriert. Wenn ich nun hier auf diesen kleinen Pfeil klicke, dann wird Safari geöffnet. Ich habe hier eine HTTPS-Seite mit dem SSL-Zertifikat. Ich klicke hier auf Fortfahren und schon kann ich mich hier anmelden. Ich melde mich hier einmal als Marc Oliver Thoma an, gebe mein Kennwort ein und klicke auf Login. Und nun bin ich in meinem Web-Interface zur Versendung von E-Mails. Ich kann hier auf Compose klicken, um eine neue E-Mail zu erzeugen. Ich schicke diese mal an mich selber. Hier kommt das Subject rein und hier unten kommt die eigentliche E-Mail rein. Wenn ich fertig bin, kann ich hier unten auf Send klicken und die E-Mail wird ausgeliefert. Jetzt sollte es nicht länger als ein paar Sekunden dauern. Wenn ich nun auf Inbox klicke, sehen Sie, dass hier meine E-Mail drin steht. Wenn ich hier auf den Betreff klicke, auf den Subject, dann wird die E-Mail geöffnet und ich kann hier ganz normal mitarbeiten und kann hier zum Beispiel auf Forward klicken oder auf Reply klicken, um die E-Mail weiterzuleiten oder um sie zu beantworten. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass dieses Web-Interface hier extremst unattraktiv ist. Apple hat sich mit Mac OS X Server und den Wiki-Dienstleistungen wahnsinnig viel Mühe gegeben, ein hübsches und attraktives Design für ihre kompletten Internetseiten zusammenzustellen. Warum Sie bei diesem Schritt nicht auch den Web-Mailer vernünftig überarbeitet haben, bleibt mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Nun gut, es ist wie es ist. Sie müssen im Moment mit diesem relativ hässlichen Interface Vorlieb nehmen. Was Sie natürlich machen könnten, wären hier die entsprechenden CSS-Dateien an Ihre Bedürfnisse anpassen, sodass Sie da auch ein hübsches Interface bekommen. Allerdings bleiben Sie im Wesentlichen auf den englischen Begrifflichkeiten sitzen und haben im Moment erstmal nur über viel, viel Arbeit die Möglichkeit, das ins Deutsche zu übersetzen. Kleiner Tipp am Rande. Sie können sich hier oben die Internetadresse eigentlich ganz gut merken. Es lautet ganz normal Ihre Web-Adresse und hinten geben Sie einfach Web-Mail als Ergänzung an und damit kommen Sie immer hier auf diese Login-Seite und können sich dort immer anmelden. Das kann man sich in der Regel ganz gut merken oder einfach mal als Bookmark, als Lesezeichen irgendwo setzen. Also, dann begrüßen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020